Herzlich Willkommen von der Domotex 2019 aus Hannover. 1969 revolutionierte Eugen Leckler mit der Erfindung der ersten Wandschleifmaschine der Welt, der Hummel, den Parkettmarkt. Über die Jahrzehnte wurde die Maschine immer weiterentwickelt und nun, 2019, feiern wir tatsächlich das 50. Jubiläum dieser Maschine. Jeder Kunde, der 2019 eine Hummel kauft, bekommt diese in der Jubiläumsedition ausgeliefert. Dieses beinhaltet eine Jubiläumsplakette, einen schwarzen Motordeckel und eine ultrahelle LED-Lampe, die sich auch ohne Probleme mit zwei Handgriffen wieder entfernen lässt. Natürlich ist es auch kein Problem für die Kunden, die seit Jahrzehnten unsere Maschinen im Einsatz haben, diese alten Maschinen oder gebrauchten Maschinen mit dieser Technik nachzurüsten. Rufen Sie uns einfach an und wir helfen Ihnen bei der Umrüstung Ihrer Maschine auf diese moderne Technik.